. . . . . . Ich bin auf 0 Uhr 45, oh Gott. Also um 0 Uhr liege ich schon im Bett und schlafe. Für die, die es wissen wollen. Oder auch nicht wissen wollen. Ernstesalat verkauft Blumen. Fange Fisch. Das kriegen wir hin. Kann ich sogar die letzte Belohnung. Ist die letzte, ne? Ja. Wieso wird das hier? Hallo, Iron. Ich hab nichts, warum ich jetzt bekomme. Schön wäre es. Das wäre aber zu einfach. Iron, wie geht's dir? So. Ich weiß nicht, für wen ich jetzt hier was habe. Lila Farbstoff. Irgendwie stelle ich nochmal Lila Farbstoff her. Das ist übertrieben, aber egal. No. Das klingt aber gar nicht gut. Lila Farbstoff. Violett blühender Bartfaden. Violett blühender Bartfaden. Nein. Ähm. Violett blühender Bartfaden. Violett blühender Bartfaden. Da hab ich aber nur einen. Wo gibt's den? Was kommt? Hier wollt ihr auch nochmal ein bisschen dekorieren, ne? Mein Plüschtierregal. Ha-ha. Ähm. Hoch. Ich würde so gern. Aber egal. Hab ich wieder acht Stunden gearbeitet. Mir tut jeder von einem Tochen im Leibchen. Oh. Arms Iron. Wieder auf. Viel Spaß. Ähm. Ein bisschen hier noch hinlegen vor Arbeiten. Mach das, Niklas. Und dann vier Erfolge auf der Arbeit nachher. Wir sammeln hier noch mal ein bisschen. Friedliche Wiese. Oh. Friedliche Wiese. Wie ist es das? Ich hoffe einfach mal. Ja. Das war's. Ähm. Brauche ich noch zwei Stück von. Hier ist noch einen. Wir haben was. Juhu. Juhu. Ja. Bestimmt. Wenn man Spaß hat, geht das meistens auch. Wenn die aber keinen Spaß macht, dann naja. Ach ja. Und Ursula auf 10. Direkt dafür muss ich aber Arjen hochbekommen. Ja. Ja. Mir fehlen noch ein paar. Ich brauche noch mal Liederfarbstoff. Brauche ich den? Was brauche ich denn jetzt noch mal alles dafür? Wahrscheinlich das gleiche noch mal, ne? Ja. Lina Bartfaden. Juhu. Das ist die ganze Zeit. Äh. Habe ich natürlich nicht genug von. Hm. Aber was bräuchte für Wall-E? Sonnenblumen. Habe ich Sonnenblumen nicht sogar oben im Dingens? Ich werde jetzt nicht so erstmal Wall-E hochkriegen. Ich will quasi so die Reihe hier runtergehen. So Stück für Stück. Also als nächstes ist Wall-E dran. Irgendwo ist unser Strand. Ja. Ich habe aber glaube ich noch welche im Lager. Ich habe äh. Jede Menge glaube ich. Pass auf jetzt. Ah ja. Okay. Jede Menge. Zwei. Hm. Aber egal. Ich habe sie. Okay. Um das Prinzip. So. Und wo ist... Wo ist Wall-E? Wo ist Wall-E? Wo ist Wall-E? Ob ich so ein bisschen vermissig hier zu springen? Wall-E. Was wollen wir du da hast? Ich habe was für dich. Sonnenblumen. Und lass uns mal abhängen. Ja, ja. Wall-E. Zitrin. Zitrin. Gab es denn Zitrin nochmal? So eine Ebene dichtes Vertrauens. Okay. Kann ich nur nicht haben. Alles klar. Ja. Ja. Ähm. Ja. So eine Arbeit. Ich möchte nicht fliegen. Zitrin. hier musik gut aber laut sehr laut nein da wurde nicht drauf ich hab eigentlich so viel davon ach eins habe ich noch nicht gemacht wie konnte ich das verpassen ja nein nicht die augen oh mein gott ja okay das passt genehmigt warum ist hier ist eigentlich scheiß wetter wir müssen wir was hinterher geworfen die musik wo die ja wenn ich keine pflanzen mehr brauche wenn sie ruhig mir alle anderen pflanzen drei jahren habe ich dann auch mal alles die abgehört somit hoch ich kann ja leider nicht mit den folgen ich arbeite allein 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 ich arbeite allein alle wofi warum gibt es hier keinen wieder gefärbten in den zweiten bart faden da ist mickey die brauche ich nicht wenn das was will micky dann haben kannst du das bitte mal vorher werfen nicht wenn ich fertig bin ich freue mich so dich zu sehen apfel ob salat rote glocken volumen ne gutes gänseblümchen habe ich bis ganz bald mhm ob salat kriege ich auch hin wally da ok muss sachenlos werden fischbrötchen fischbrötchen das ist einfach zu gut für die arbeit werden ooooh also habe ich jetzt die hänseblümchen ne ich brauche immer noch warte glockenblume ja hm ob ich einfach zu viel scheiß habe in meinem inventar muss auch unbedingt mehr was kann ich jetzt machen ihr müsst ihr halt so gleich anmachen ich fliere ähm ob salat opfel opfel jäh stufe 16 roti aber nochmal war glockenblume nein und so kurz davor ernsthaft wirklich ok also ihn habe ich heute fertig topaz topaz fischbrötchen lachs wo hat man denn nochmal den topaz hergekriegt hau platz oh kalt oh das nächste mal weit wer habe ich den raum hier vor ein statue von maui bekommen wenn ich die nicht aufbau ist das dann im haus no iron nein wobei vielleicht man weiß es nicht ich habe erst 43 von 100 von 973 möbelstücken bitte was ist das was 90 von 716 kleidungsstück alter also wo kriege ich den lachs her ok kann ich nur nicht schade aber sonst hatte ich alles für ihn oder nee topaz fehlt mir noch das fischbrötchen habe ich aber wo wally du kannst ruhig gern mal mir mehr dinge geben so die blümchen kann ich jetzt erstmal wie alle zurückpacken ich werde schon wieder irgendwas nachgeschmissen wirft mir doch mal steine hinterher welche stufe hast du 7 Merlin hat bessere arbeit geleistet dann bin ich kurz am überlegen die truhen einfach da draußen hin zu stellen hoch ein alter so viele steine ich weiß gar nicht was ich damit machen soll Was ist das mit dem Farbstoff? Das dauert noch. Jute Säcke. Mhm. Mache ich das einfach mal? Mhm. Alter. Ich will keinen Stein. Hey, wir brauchen mit ihm nur noch zwei Level, wenn ihr bessere Arbeit gelässt. Ich bin ein alter grauer Mann. Ich bin so ein junges Mädchen. Dass ich ihn ja auch ohne dafür bedanken... Nee, war zu lassen. Das war besser. Alter! Ah, ich will was essen. Was stimmt mit dir nicht? Oh mein Gott, da ist es. Topaz. Ja, klar. Goofy! Goofy, wo bist du? Okay. Bei mir stimmt alles. Na, ich weiß ja nicht. So, das hatten wir auch schon. Dankeschön! Bitteschön! So, die beiden unterhalten sich jetzt noch eine Weile. Goofy? Goofy! Ja, klar. Am Arm. Da will ich das ja. Da will man ihm was geben. Dann will man ihm was geben. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe geben. Ähm, das wollte ich ihm nicht geben. Hallo, Kumpel! Aber das hatten wir auch schon mal. Na, wie geht's? So. Yay! Goofy, Stufe 5! Noch ein Kamin! Wir haben ja nicht genug. Es regnet! Nein! Sag bloß! Weg! Ich weiß ja nicht, Hybrid. Ich weiß ja nicht, ob er mit dir alles stimmt. Oh, oh. So. Da ist Micky. Ja. Hier hast du einen Schleifzug. Ich drück die mit meinem Inventar nur zu. Und Stufe 7. Also heute steigen die aber alle auf. Oh, tausend. Hm. Es regnet! Nein! Sag bloß! Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass es regnet. Stell dir vor. Guck mal. So. Ein bisschen was brauche ich noch an Scherben. Damit wir das nächste Gebiet freitschalten können. Oder gab es im Schloss noch irgendwas? Aber ne. Ich hatte jetzt Vajana. Jetzt. Komm. Wir gucken einfach mal. 65. Ich darf erstmal vernehmen. Ich geh erstmal was futtern. Mach das! Was gibt's bei dir? Apropos Essen. Ich muss mir auch mein Essenzimmer kurz warm machen. Ach komm! Oh! Lecker! Mach wie mein es noch bald warm. Es regnet! Ich hab vorhin extra noch ein bisschen mehr gemacht, damit ich für was hab. Ich muss vor, dass man nicht noch extra wieder was machen. Ich hoffe, wenn sein Essen immer lecker ist. Aber ich muss eh nicht extra draufstehen. Warte, sie noch ein bisschen auszukurieren. Yay! Jetzt mag ich Walli! Jetzt gibt dir mehr wenigstens zum Großteil die richtigen Sachen raus. Okay. Okay, hier sind noch keine Steinchen wieder. Dann gehe ich kurz einmal verkaufen. 4000. 1000. Wir sehen uns. Ich habe eine tägliche Diskussion. Das ist schon. Geil. Hallo, Kumpel. Hm. Oh. Oh. So. Einmal. Ändere dein Outfit. Das hatte ich doch auch schon. Baugemüse an. Auf fünf Früchte. Mach ein Foto. Das kriegen wir auch einfach hin. Ähm. Schließe Freundschaften. Angeln. Wie weit ist er denn? Wie weit ist er denn? 3000. Na gut, ich gucke einmal kurz ins Schloss. Und ich glaube, da wird nichts sein. Oder? Das weiß ich ja nicht. Nee. Doch hier. Da könnten wir rein. Bin mal gespannt, ob die ganzen anderen Türen hier dann auch... ...aufgemacht werden. Scheinlich, ne? Scheinlich, ne? Bin ich gespannt. Na gut, in die andere Tür gehe ich noch nicht. Ich will vorher erst das nächste Gebiet fertig haben. Oder beziehungsweise ins nächste Gebiet rein. Ähm. Dreamlight. Kochen. Koche Gerichte. Nehmen wir doch hier noch. Beziehungsweise. Beziehungsweise. Fünf Sterne kriege ich eine Woche mit Gewürzen. Ich gehe aber vorher noch mal kurz angeln. Das waren nicht Wallis. Tätigkeitsbereich, aber egal. Töお願いします. Tö! Mein Welts. Okay, da komme ich so ein bisschen. Ich fange drei Meeresfrüchte. Hm. Hm. Da we go. Ja. Gehen. Geh mal kurz Sachen mit Fisch kochen. Oh mein Gott. So. Dann kann ich auch gleich noch ein bisschen was anbauen. Fisch. Gegrüße Fisch. Nochmal gegrillte Fisch. Gegrillte Fisch. Jetzt auf Speise. Hm. Ach du Nat. Äh. So, dadurch kriege ich nämlich auch nochmal. Verkaufe zwei Fische. Und baue Gemüse an. Das kriege ich auch hin. Ich werde einfach nur die 5000 zusammenkriegen. Ja. 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 Ja.